Du tust es, er, sie, es tut es, wir, ihr, sie tun es. Sie engagieren sich ehrenamtlich, freiwillig, bürgerschaftlich für die Menschen in unserer Stadt, für die Belange Münsters und darüber hinaus. Die Ausstellung ist eine Initiative der kommunalen Stiftungen und der Freiwilligen Agentur, die gemeinsam diese Ausstellung konzipieren, um bürgerschaftliches, ehrenamtliches Engagement in unserer Stadt sichtbar zu machen. Wir haben geguckt, dass wir verschiedene Engagementfelder abdecken. Das heißt also, möglichst in die Breite gehen, dass sich auch jeder Mensch, der sich hier in Münster freiwillig engagiert, auch irgendwo wiederfindet in irgendeinem Feld. Also beispielsweise Tierschutz, Umweltschutz, dann Nachbarschaftshilfe als großer Bereich, Hilfe für Menschen in sozialen Notlagen. Wir haben mit Leuten, die das können, zusammengearbeitet und ich finde, es ist eine schöne Ausstellung geworden, weil wir einerseits Einheitlichkeiten haben, wir haben die grüne Säule als verbindendes Element für Ehrenamt, um Ehrenamt eben auch zu würdigen und wir haben diese Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit, ob jung oder alt, in ihrer Fröhlichkeit oder in ihrer Art, mit ihrem Thema umzugehen, abgebildet. Und ich glaube, es gelingt ganz gut, Menschen zu zeigen, wie vielfältig Engagement in unserer Stadt sein kann und auch ein bisschen Werbung zu machen, um zu zeigen, oh, das könnte auch was für mich sein. Also wir haben diese Ausstellung jetzt erstmal für diese paar Tage hier konzipiert, hoffen aber, dass die Ausstellung so gut ankommt, dass vielleicht die eine oder andere Organisation oder der ein oder andere Ausstellungsraum sagt, oh, wir finden das gut, wir möchten diese Ausstellung auch haben und wir wollen sie auch in unserer Stadt zeigen. Und ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!